Moin moin Sportsfreunde, ich bin's wieder, euer EvilBuschiLP und ich wollte euch mal ganz kurz nur Bescheid sagen, dass morgen am 22.10.2012 von 18 bis 19.30 oder bis 20 Uhr, mal schauen, so wie wir Zeit haben, ein kleines Abo-Battle veranstaltet wird und wir mal wieder ein bisschen League of Legends zocken und zwar alle miteinander feuchtfröhlich und ja, mit großem Spaß dabei. Ihr müsst einfach nur, ja, um 18 Uhr im Chatraum sein. Wichtig, in diesem Video, unter diesem Video wird das Passwort dann auch geschrieben für den Raum und wenn ihr irgendwelche Fragen habt zu, wie joine ich den Raum, wie finde ich das alles, dann guckt bitte in der Beschreibung dieses Videos, da stehen zwei Links zu zwei verschiedenen Videos, die eigentlich alle Fragen erklären müsste oder lösen müsste. Ja, ich glaube, groß was müsste ich nicht mehr sagen, morgen, also am 22.10., das ist der Montag, von 18 bis 20 Uhr ungefähr. Ja, jeder kann dabei sein, ich freue mich auf euch, euer EvilBuschiLP. Ciao und haut rein! Ciao und rein! Vielen Dank.